... und der AESA Meister? Paul Bäumer? Ich möchte ihn nicht loslegen. Wir sind jetzt an der Westfront. Wir haben mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit. Ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Ihr habt 72 Stunden. Ihr habt unsere Kondition. Ich werde nicht kapitulieren. Meine Mutter wollte nicht, dass ich einen Krieg ziehe. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich das kann. Ach, Paul. Wir haben mal nach Hause kommen. Ich vermisse meine Kameraden! Schließen wir Frieden. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Du musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben. Für uns alle. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Wir stehen. Wir stehen. Es ist Platz, der sieremo wildernessen.